einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt sunny side wollen wir anzocken ich mach mal kurz nochmal das menü dann könnt ihr das sehen harmonie der japanischen landschaft genießen wir haben leider nicht so aussieht da bildschirmsprache deutsch englisch französisch aber da steht es jetzt noch in englisch da oben hier aber hier unten steht deutsch jetzt starten wir jetzt machen wir ein neues spiel gemütlicher modus wir machen gemütlichen modus wollen uns ja nicht älzen und einfach nur ein bisschen gesmooth spielen und japanische landschaft jetzt muss ich den charakter machen ok ich denke ich jetzt irgendwie ich möchte den noch irgendwie drehen dass ich den sehe hier achso da so ach das war jetzt so Machen wir so einen Sengoku-Schnitt, machen wir einen Super Saiyajin draus, so, wir leben uns mal ein bisschen aus. So, jetzt noch mal blaue Augen, das sieht halt so komisch aus, viel zu weiblich. Eine dicke, fette Panzerkette oder so, ja, dann nehmen wir halt hier, Brille, nö, Rohringer, definitiv. Oh Gott, die sind alle so dicht, so weit auseinander, ey. Okay. Oh Gott, ah, no. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, wenn wir hier, ach wir können noch mehr machen, okay. ich habe ja nur eins doch ich die seite das ist es da kann ich auch klamotten irgendwie auswählen und und Das ist ein bisschen komisch, aber wenn es so zerkratzt. Das ist ein bisschen komisch. 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 Ich kann ja gar nichts. Ich kann ja nur das was vorgeben. Das ist ein bisschen komisch. 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 Das ist einfach mal dran gespritzt. Das kannst du nicht alleine lassen. Oder du hast das gleich mit Weibänden. Andauern kippt die Becher um. Kann ich hier nicht abbrechen? Schnellermachen. dann noch nicht okay das lieblingswort wollen wir nicht fortfahren fuchs kuh dann ist es nicht dunkel aber soll wasser rein hier ist das spiel gerade total dunkel bei mir jetzt ist wieder der Sonnenuntergang ich würde trotzdem noch Details erkennen wollen neues Lied freieschein wir freuen uns das 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 Hm? Ich habe ein Grundstück gekauft, dann sammle ich aus, jetzt können wir uns eigentlich bewegen. Ich kann nicht raus. So, ich kann nicht raus. So, ich kann nicht raus. Im Park auf der anderen Straßenseite, ich freue mich, wie gesagt, ich bin da, aber okay. Ich kann hier gar nichts machen. Also. Also. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wer sagt nicht. Oh Gott. 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 Oh mein Gott. Also bis jetzt finde ich es echt langweilig, da ist der Fuchs, das hieß doch irgendwas genieße die Landschaft, ich dachte da gehe ich rum und mache Fotos von der Landschaft oder so. Also bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wozu habe ich denn hier Anuntauer? Ich kann hier gar nichts machen. Also ich muss das Handy reparieren lassen. Kann ich auch hin? Ja, kann ich. 150 Euro weg. Ich muss das Handy reparieren. Ich muss das Handy reparieren. Ich muss das Handy reparieren lassen. Mach doch bis jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt keinen Spaß. Ich muss das Handy reparieren lassen. Ach, falsche Taste. Ah, dann haben wir den Cruiser immer hin und her. Wieder falsche Taste. Dreieckwarte. So. Lass dein Handy bei Tech Hero reparieren. Ich werde mein Handy reparieren. Okay, also Tech Hero. So. Da scheint, dass ich da noch nicht hin darf. Ah, hier Tech Hero. Wegpunkt setzen. Oh Gott, ich habe trockenen Hals. Jetzt. Jetzt ist es nicht so doll. Noch ein Fuchs? Welche Füchse sind denn hier? Hals chính Gear. Oh, zu weit. Ach, jetzt haben wir den Garten eigentlich. Doch nicht soweit, hier ist ja schon die nächste Brücke. Jetzt sieht auf der Karte alles viel weiter aus, würde ich sagen. Oder das ist noch eine Brücke? Alles Lied freie Schalten. Wollte ich mich verarschen? Oh Gott, jetzt ist hier was 19, ey. Dann kann ich hier so ein bisschen warten. Quatsch. So, Tagesdauer 60 Minuten. Sollte der Tag ein bisschen schneller vergehen? Na komm. Ach, holen wir uns einen Kaffee in einer Dose. Oh, das ist hier, das ist ja auch. Oh, das ist hier, das ist ja auch. Wenn wir den Auftrag abschließen, gucken wir, was das ist. Strom und Wasseranschluss, okay. Ich muss jetzt mal zum Baumarkt und dann sind alle toll. Aber ehrlich gesagt, nö. Das ist mir zu lahm gerade. Also muss ich sagen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den Bock, das jetzt weiter zu spielen. Also ich habe mir da mehr erhofft von. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt gerade etwas lahm. Also das ist jetzt nur nicht so meins. Muss ich sagen. Die Grafik, ja, okay. Das ist halt der Stil. Aber ich finde es halt auch ein bisschen lang, lahm. Irgendwie so. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Oh, leicht. Ich weiß nicht. Aber die Sicht ist ja so hell. Wie weiß ich was. Die Beine hoch. Ich weiß nicht. Also mich über... Also jetzt nach einer halben Stunde zocken. Ich glaube, mich überzeugt es jetzt noch nicht. Mir macht es jetzt gerade auch nicht wirklich Laune, das weiter zu spielen, muss ich sagen. Spiele müssen ja so sein, dass man gerne dran bleibt und gerne weiterspielen will. Das habe ich bei dem Spiel nicht. Und die Musik ist auch einschläfernd, finde ich. Ich werde mich mal zwingen, noch ein bisschen zu spielen, aber nicht heute. Und dann hoffen wir mal, dass es da vielleicht noch ein bisschen besser wird. Aber so haut mich das ehrlich gesagt nicht vom Hocker, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin. Während das tous. Helgen. hörben. Übergangs. Ausatmen. Ab mão stehen. Unig notwendig.